Die ARIA Aluminium Radlagerträger hinten für den Losi Desert Buggy XL sind erheblich verwindungssteifer als das Serien-Kunststoffteil. Die mitgelieferten größeren Kugellager in den Dimensionen 12 x 28 x 7 mm halten selbst stärkeren Belastungen stand. Um die später anfallenden Wartungsarbeiten zu vereinfachen, werden die Kugellager mit Hilfe einer Madenschraube fixiert. Somit ist kein Einkleben bzw. Einpressen mehr nötig. Die Aluminium-Ackschenkel sind mit auswechselbaren Gleitbuchsen ausgestattet, welche den Verschleiß der Führung auf den Querlenker stiften erheblich verringert. Die Befestigung der Sturzeinstellstangen sind an drei Angelpunkten möglich. Dadurch kann das Fahrverhalten besser auf die jeweilige Strecke abgestimmt werden. D visible die Strecke abgestimmt wird, den die Verw idealen M Seg憑 anschaut und überwft die zwischen Hmmm dranbleinge. Hier werden auch eine Lad Kid genус